Mh, was kannst du meinen schauen? Dann wächst hier irgendwann eine Muschi Ich bin auch dabei, ich kann mich bald von Brot ernähren zumindest Ich kann mich von Medona ernähren No, mach mal, ich tu Medona Oh nee, Alter, wow Mann, die alte Ecken sind schon hier, ich fühle dich planlos hier Es gibt nichts neues Du Wo ist denn jetzt hier rein? Boah, ich bin dafür, dass du jetzt mal zum Dings läufst Zur Lavaquelle Nee, ich hab ja hier alles gemacht Ihhh, ja stimmt, ich hab gar nichts gemacht Stimmt, ich hab die ganze Zeit nur rumgesessen Soll ich den Mond vom Himmel schießen? Mh, mach mal Loll Pissig, dumm Scheisspinne, Alter Haus QL hat leider einen Löffel abgegeben Fnick aber nicht so, er ist so korrekt Boah Ja, guck mal, ey Wenn wir schlafen gehen Jo, schon, ja Boah 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 Um Qelse, ich sollte meine Katzen rauslassen, ups Ja, dann mach mal flink Um Qelse wird sich gekümmert, aber nicht um Carter Carlo Okay, passt gleich, einen Moment Jetzt wachst doch mal, du scheiß Getreide, Alter Du kannst auch Knochenmehl machen, ne? Stimmt, ich hab zwei Knochen Wächst schneller Ja, ist klar Ist das noch Wasser, oder was? Ich hab zwei Knochen rausgekommen Wollen wir dann morgen Abend schreien? Ja Ja Ich lad', glaub' heute Nacht noch mal GTA runter Oh Woll'n wir dann morgen Abend schreien? keine ahnung nachdem nachdem ich das mit ihm mit zwei wieder hinbekommen hast ja ging doch mal gut und sie noch nicht ins zimmer gekannt vor paul hier hinten also falls du schweine baust dann gehen wir dahin wo die lava ist da sind so viele alter ich weiß nicht wo es ist ja da wo ich immer herkomme du rennst einfach über das glasding rüber und dann siehst du schon das erste direkt also von den feldern eigentlich nur rechts über den riss da sind die alle da hinten das kannst du mal wieder sagen weißt ja komm jetzt an hier geschickt als die weg passt alter wie viele hey hat sich die tonne hauen die selber da Ach, die lockt man mit Karotten an! Ah ja, scheiße, stimmt, Alter. Wo kriegt man die denn her? Scheiße. Was? Schweine lockt man mit Karotten an. Aber ich se grad QL so. Karotten kriegst du... ja. Da brauchst du Tempel eigentlich finden. Oder Zombies. Dörfer, Dörfer. Die wachsen doch auf Dorffeldern oder so. Was ist das? Komm mit QL so. Mann. Können wir auch lesbische Kühe haben? Alta, was ist denn hier los? Ja. Gut, dann ist das eine Else und das andere Milka. Milka muss auch nur Lila an... anmalen. Ja, das stimmt. Haben sie ja ihr Bein. Kann ich wohl. Das ist erstmal Rudelbums, bitte. Danke. Danke Brot. Mann, jetzt hab ich das schon wieder gemacht, ey. Soll ich Schweine schlachten? Boah, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Boah, ey, wir... Ich geh schlachen. Ich geh schlachen. Ich geh schlachen. Beine hau. Beine hau. Beine hau. Also haut rein, bis nachher vielleicht, oder so. Kann sie noch da sein. Ach, das gäbe es jetzt mit... Oder was? Jo. Gut, Freunde. Dann hat Pi jetzt selbstständig die Minecraft-Aufnahme beendet. Ohne unser zu tun. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. so... ARD Text im Auftrag von Funk